Ich habe da nicht daran gedacht, dass ich den Vorschau noch drin habe. Ist ja nicht schlimm. So dämlich, ne? Ich weiß. Schlimmer geht es nicht, oder? Doch. Ja, die Aufnahme, dass sie jetzt gelöscht wird. Gewähr oder so. Ich mache das eben fix hier. Fick? Die Fick? Naja, ist ja nicht schlimm. Machen wir alles noch mal von neu. Ne, ist nicht schlimm. Ach. Katsch. Du musst ja eben nur wieder besiegen, die alte Tante da. Die alte Pussy. Ach komm, jetzt geht er rein hier. Hey, wo bin ich denn so weit? Ah, ist doch egal. Düm, düm, düm. Tschüss. Da wollte ich jetzt nicht reinlaufen, nein. Wie ist es? Arctos und Lapras. Dude. Oh, wie war denn der verschissene Weg nochmal? Was? Was ist verschissen? Nein. Ich bin schon bei Arctos. Ist doch schön. Hallo. Jawel. Ja, ich bin schon bei der Alten. So ein hohes Level, ne? Fuck. Was, 50? Ja. Ja, und? So ist denn das Problem. Vielleicht, dass ich nicht so einen hohen Pokémon hab? Oh, schlecht. Man höchstens 43 und das ist Tauberst, was schon besiegt ist. Oh. Doppelt so schlecht. Ähm, das machen wir, wenn wir draußen sind. Dann tue ich den Orden hinzufügen. Der Glorak ist auch weg. So, jetzt tun wir den Orden hinzufügen. Zack. Nummer 6 im Spiel. Nice, nice. Na ja, vor allem, da fehlen doch. So, fix fliegen. Gehen wir da unten trainieren. Weiß, ihr geht's saved. Muss ich das Spiel neu starten, glaube ich. Bist du schlecht. Und wenn er das jetzt nicht richtig gespeichert hat, ne? Ja. Na doch, hat er. Was dann? Gar nichts. Wir hätten das Spiel nicht schon nochmal vorne gemacht. Das haben wir behindert, schätze Maul. Nee. Ich musste da gerade auch die alte wieder neu besiegen. Nein, so meine ich das so gar nicht. Äh, ja. Nee, weil dann hätte ich den anderen laden müssen, eben, und nochmal den ganzen Weg dahin. So meinte ich das. So, ja und? Wo ist das Problem? Ach, jetzt Maul. Was ist das Problem? Ich musste auch. Es passiert aber kein. Nein. Beschwer mich auch nicht. Du bist ein Asi. Beschwer mich ja immer gut, das ist ja was anderes. Ja. Surfer. Ah, Surfer. Mach mal immer so weiter. Wieso verfehlt eigentlich immer dein Hyperball? Hyperball? Ja. Du Hyperpumpe. Hyperball, du Arsch. Hyperball? Das steht immer verfehlt. Wer macht den Hyperball denn? Halt die Fresse jetzt, du Arsch. Ja, weiß ich doch nicht, wer den Hyperball macht. Ich kenne nur Hyperpumpe. Ist er behindert? Ja, weiß ich, wer den Hyperball macht. Ich bin nicht so ein Pokémon, der alles weiß. Ein Hyperball, um Pokémon zu fangen, du Asi. Ach, ein Hyperball, um Pokémon zu fangen. Ja, das weiß ich nicht. Ich habe einfach Superbälle genommen, 50 Stück. Hyperball geht aber vorbei. Vielleicht kannst du ihn noch nicht werfen oder so? Genauso wie Superball. Hast du den ganz schwach? Ja. Das ist ein bisschen komisch. Ja, wie ist das denn? Tschüss. Tschüss. Weil ich strahle doch so eine verdammt starke Attacke, ne? Ja. Die ist ganz geil. Das haben wir auch. Das sind ja selber Aua gemacht. Ja, nicht mehr verwirrt. Ist klar. Einmal verletzt, sondern nicht mehr verwirrt. Missgeburt. Na. Da bist du aber jetzt wieder... Ne, da bist du aber jetzt ein bisschen böse, ne? Würde ich sagen. Ne. Nein. Da, 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 da. Nächsten Pokémon Trainer. Hauen wir jetzt kaputt. Du kleiner Po-Kopf. P-p-p-p-p-püro. Was geht ab, du Ananas? Komm, gib her. Gib. Ehrlich? Was denn? du halt sie nicht hoch ob die weg dankeschön tschüss schönen tag noch hast ein geschenk für mich feuersturm dankeschön tschüss durch den zu hause kannst du mit latini level 43 rein mit latini level 43 ane wie heißt das nächste da doch dratini na ja drakoni hier 43 haben wir auch fertig das war wechseln und siebter ordner vielleicht ist schon warum warum ich noch jubani machen darfst du nicht in welcher city wert an der city oder deine weil ich dir nicht der weiter und der asi kopp gegeben hier ist arena da war ich noch nicht dafür muss ich aber schnell das punkte wieder wechseln das trump trump nee